Wir grüßen zusammen an. Einmal in den Tigerstand, auf die Knie, in den Drachensitz, die Hände auf die Beine, Auge zu und ganz still bleiben. Ein Dreieck machen und den Kitzklappgruß. Aufstehen in den Tigerstand und hört ganz genau zu, denn unsere Geschichte startet jetzt. Erinnert ihr euch? Tiger Taro hat den Steinschildkämpfer besiegt. Tiger Taro hat die Reise bis hierhin ganz schön viel Kraft gekostet, aber er weiß, dass hoch oben in den Baumkronen die Power Drachenbruch wächst. Und diese Drachenfrüchte, die will er sich holen. Aber wie kommt der da bloß oben hinauf? Dafür kann er vielleicht klettern. Nehmt euer Seil. Das ist der Baumstamm. Und Doni zeigt euch, wie ihr da hochklettern könnt. Nämlich wie ein Affe. Der Baumstamm ist zwischen euren Händen und euren Füßen. Ihr lauft vorwärts den Baumstamm hinauf und rückwärts den Baumstamm wieder hinunter. Auf geht's! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nun könnt ihr den Baumstamm auch seitlich hinaufklettern. Ihr seht, das Seil ist jetzt zwischen euren Händen und zwischen den Füßen und den Baumstamm auch wieder hinunter klettern. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dafür nehmt ihr jetzt euer Seil, was ihr mit beiden Enden zusammen in einer Hand habt und stellt euch einen großen Schritt von eurer Flasche, das ist nämlich die Zauberfrucht, einen großen Schritt von der Zauberfrucht weg. Und jetzt versucht ihr mit eurem Seil die Zauberfrucht zu erwischen und vielleicht habe ich das, das ist gar nicht so einfach. Ja, geschafft! Jetzt seid ihr dran! Zauberfrucht 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 Jetzt macht ihr das Ganze noch ein bisschen schwieriger und zwar müsst ihr, wie bei einem echten Lasso, müsst ihr das eine Ende loslassen, wenn ihr das nach vorne schleudert. Und damit müsst ihr jetzt die Drachenfrucht treffen. Oh, das ist ganz schön schwierig. Ich probiere das mal. Denkt dran, einen großen Schritt. Mensch, einen großen Schritt von der Drachenfrucht weg und jetzt schleudere ich das und lasse ein Ende los. Ja, geschafft! Auf geht's! Zauberfrucht 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 Sagt man im Tigerstand, gibt die Hand und sagt in die Augen, Hallo, ich bin Ihrer. Kriegt ihr das hin? Bestimmt. Deswegen kriegt ihr jetzt direkt eine Aufgabe. Lauft zu jedem eurer Kuscheltiere, stellt euch davor wie ein Tiger, guckt dem Kuscheltier in die Augen und gebt dem die Hand und sagt ganz laut, Hallo, ich bin und sagt euren Namen. Auf geht's. Bis zum nächsten Mal. Und, hat's geklappt? Habt ihr jedem eurer Kuscheltiere richtig Hallo gesagt? Sehr gut. Also merkt euch, Respekt ist, wenn man jemanden ordentlich begrüßt, indem man im Tigerstand steht, in die Augen schaut und die Hand gibt und sich ordentlich vorstellt. Hallo, ich bin die Ira. Nachdem der wilde Waldemar Tigertaro ordentlich Hallo gesagt hat, haben die beiden wieder Kraft getankt und trainieren jetzt gemeinsam wichtige Techniken, um gegen die Wolkenschlange zu kämpfen. Eine von den Techniken, die die beiden geübt haben, ist der Reiter. Und das könnt ihr jetzt mit eurer Mama oder eurem Papa üben. Dafür legt sich einmal auf die Drücke. Ihr setzt euch oben drauf wie ein Reiter auf dem Pferd. Dabei ist es wichtig, dass eure Knie den Boden berühren. Eure Hände kommen ganz weit nach vorne auf den Boden, neben dem Kopf. Und jetzt macht ihr euch richtig schwer und da unten eure Mama oder Papa, die versuchen da jetzt rauszukommen und die haltet das fest. Schnappt euch jetzt eure Mama oder Papa, lebt euch auf den Rücken und haltet die fest. Und wenn die rausgekommen sind, dann tauscht ihr die Rollen. Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Auf geht's! Die beiden bemerken gar nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Der wilde Waldemar schaut plötzlich auf seine Uhr und ist total erschrocken. Oh nein, ich muss schnell wieder zurück. Die lustige Lott hat mich zu ihrem Geburtstag eingeladen und keiner darf wissen, dass ich hier war. Und schau mich an, ich bin total schmutzig. So darf ich mich gar nicht blicken lassen. So, jetzt laufen wir einmal 10 Sekunden richtig, richtig schnell wieder wilde Waldemar. Und springen wir mal zum Geburtstag. Und springen wir mal über drei Füße. Eins, zwei, zwei und drei und noch mal ganz ganz schnell 10 Sekunden wieder wilde Waldemar. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Zum Abschluss sagen wir noch Tschüss und dafür nehmen wir die Hände nach hinten. Unser Kids Club Training war spitze. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal.